Auffälliger Ring, Ed Chan doch schon unter der Hauben? Hat er sich nun getraut oder nicht? Pünktlich zum neuen Jahr teilte Ed Chan, 27, sein ganzes Glück mit seinen Fans und der Welt, er und seine Heichschuh-Liebe, 25, haben sich verlobt. Bei den diesjährigen Brit Awards fiel jetzt aber ein verdächtiger Klunker an der Hand des Sängers auf. Haben der Brite und seine Liebster etwa heimlich Ja zueinander gesagt? Am vergangenen Abend heizten der Sänger und seine Verlobte die Gerüchte über eine geheime Hochzeit weiter an. Wie die Zeitschrift Mera berichtete, sollen die Verliebten bei den Mitterringen gesichtet worden sein. Bei Dankes Rede zum Gewinn des Global Success Awards blitzte gut sichtbar ein verdächtiges Geschmeide am linken Ringfinger des 27-Jährigen. Seine Fans auf Twitter sahen dieses Accessoire ebenfalls, habe ich da gerade mit einem Ring gesehen? Ich wusste nicht, dass es schon passiert ist oder bin ich der Einzige, der mit einem Ring gesehen hat? Lauteten einige aufgeregte Kommentare. Das Kupple hat sich bislang noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Schon vor ein paar Tagen wurde über einen möglichen heimlichen Ringwechsel spekuliert. Bei einem Geek in der Londoner O2 Arena sah man den Rotschopf zum ersten Mal mit dem Schmuckstück. Bis zu diesem Zeitpunkt soll der Saper of You Interpret keinen Schmuck an seinem Ringfinger getragen haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.